Aber man sieht's nicht. Oh, ich krieg den nicht mehr. Danke. Wie schnell kannst du wieder leben? Hell. Kannst du noch mal zwei Striche hinzufügen, oder? Zwei oder drei? Drei. Drei? Drei. Ich hab nicht einmal, äh, dreimal, aber ich hab das dritte hinzugefügt. Okay. Wird halt nicht easy, ich hab keine Dings Money mehr. Wissen mehr. Keiner was. Da hinten bei mir. Aber du hast Lifesteal und allen scheiß drauf, ne? Ja klar. Deswegen verreckst du nicht. Weil, wenn ich kurz vorm Sterb bin, nehm ich einfach einen Facelock, dann bin ich wieder hochgeheilt. Ich hab mal ein bisschen Raketenwerfer, Moni. Ja? Halt ihn mal kurz still. Geht da vorne, pass auf. Ich seh. Ja, und es sind noch ein, zwei, äh... Oh, geil. Mach dem grad schön verstand. Sind seine Sprüche auch geil. Das hat jetzt gut gepasst, dass du's gesagt hast, ne? Was denn? Ja, der hat geile Sprüche. Ich werd dir die Augen aus den Höhlen reißen. Lass euch da. Ne, der Hund, der Typ nicht. Ja, der Typ kann auch nicht viel. Komm mal auf, geht's. Party, Mann! Ich seh überhaupt nix mehr, Alter. Ich hab mal die Tasten rein und geht... Alter. Äh, beeinst du dich beeilen? Oh, böse. Kannst du das? Alter, danke. Das war... Nicht allzu knapp, ich hab's gesehen. Auf gut Deutsch, allerhöchste Eisenbahn. Wo ist denn der Hurenbock? Der ist da hinten. Ja, da hinten. Der Drecksköter ist gleich tot. Der Köter ist tot. Ja, hab ich gesehen. Warte, der Reiter ist tot, der Köter ist nicht tot. Mit Jet morgen? Ah, okay. Loll! Ich denk mir, dass du echt kann draufballern, easy peasy. Wo bist denn du? Oben auf dem Dach. Neben ihm. Du darfst wieder leben. Ich leb auch wieder. Ja, ich krieg den. Bleib stehen! Wie sagt man da? Danke, lieber Julian. Nee. Halt's Maul, lieber Julian. Boah, Alter, du Dreckszwerg. Scheiße. Komm schon. Ja, ich hab dich gleich. Ich hab mich auch gleich. Boah, ich hatte diesen Zwerg, Mann. Boah, das ist doch ein Scherz, hey. Kann doch mal zweimal hinzufügen, wa? Ich bin hier oben. Noch zweimal? Ich bin hier oben auf dem Dach. Alter, du hättest mich grad sehen können. Ach so, ich hab dich... Wo bist du? Ja, hier, neben dir. Und tot. Sorry, ich hab's... Ich back grad eine... Ich back grad eine scheiß Kante rum, da. Ja, hab ich gesehen. Also, Leute, ihr seht's, ne? Kompetentes Mitglied ist schwer zu finden. Ey, Nico, ich will's nicht sagen. Selbst mit dich wieder hoch... heilen und so. Ich? Nee. Ich hab dich wieder hochgeheilt, zwischendurch. Mal nur so. Ich kämpf gegen mich, okay? Ja. Äh, 20 Mal. Weißt du, Julian, bald kommt dieser Spruch so, mach 21 draus. BAM! Mein Aim ist so kacke schlecht. Kacke und schlecht gleichzeitig. Meiner? Meiner. So. Sieh mir in die Augen, wenn ich dich anstarre. Oben kannst du verkaufen, ne? Oh, hier sind Gegners. Ich geh mal schnell verkaufen. Einige Gegners. Holy fuck! Äh, ich hab ein Problem. Wie sieht dein Problem aus? Ist das ungefähr so wie meins? Groß und Badass Marauder-Style. Ich hab einen Outlaw Marauder... Äh, hatte. Bei dir. Ich war fast tot. Den nächsten Facilock muss ich anreißen. Bin auch fast tot. Nee, Spaß. Ich hab ja dich. Ja, ich bin gleich tot, ne? Ja, kein Ding. Keine Raketenwerfer-Muni zu haben ist wirklich scheiße. Schau dir mal die Schilde hier an. Backen, ne? Der untere war besser als meiner. Scheiße. Ich meine, wenn ich anschau, meinst du sollst die anschauen und nicht alle wegnehmen, du Asche. Können wir's später angucken. Da hinten geht mir die Party ab. Hinten? Alles klar. Ja. Also irgendwo geht hier ne Party. Ich zieh auch wie so'n blinder Fisch. Bist'n blinder Fisch. Ja eben. Wie war's? Ähm, hier. Wie war's? Auf Facebook im Bild, ja. Markiere die drei Freunde, mit denen du eine Zombie-Apokalypse überleben würdest. Der Erste, der dein Leben rettet. Der Zweite, der ganze Vorräter auffrisst. Der Dritte, der sich aus Sin selbst erschießt, ne? Ja, welcher war für dich? Ja, welcher war für dich? Ich hab keine Mg-Money mehr, oh fuck. Ah, ein Outlaw Marauder. Ah, nach zweimal hinzufügen. Du brauchst mich nicht heilen, ich krieg das schon. Super badass Marauder, warum auch nicht? Ja, der steht da hinten. Der ist sicher auch neu, glaub ich. Hammer. Gut, ich denk mal, das krieg ich wohl nicht so gut hin. Kannst du mich holen? Julian? Ja, kann ich. Du hast grad hin am Balken. Ach so. Ja, ich hab dem grad gut gegeben. Kann noch zweimal hinzufügen, ne? Ja. Also, insgesamt viermal. Äh, kannst du mich holen? Okay. Der eine Marauder ist tot. Ich hab's gesehen, ich hab ein Headshot gegeben. Ja, nachdem ich hier vorarbeite... Boah, Alter, ernsthaft? Ach, da oben sind noch welche. Ja, Mann, reinlaufen. Party, Leute, Party! Boah, ja, dieser gepanzerte Psycho, ne? Lol, ja, das ging zu schnell. Ja, ich... Du kannst sechsmal insgesamt hinzufügen. Seit dem letzten Mal, wo du Striche gemacht hast, glaub ich. Mach die ganze Zeit fortlaufende Striche. Ja? Oh, okay. Ja, ich bin einmal... Lol, am Spawn sind zwei Stück. Ja, nicht mehr lange. Ach so, ich bin hinter den gespawnt. Ja. Geiler Scheiß, wa? Ich weiß nicht, wie lange ich dich wiederbeleben kann. Ich fick diesen Geplatz, das ist ein Psycho-Mark-Polz. Von dir. Oh, jetzt hast du irgendwann so schnell stirbst, dass ich dich nicht mehr wiederbeleben kann. Ja, wenn ich in der Meute drin stehe bei den Gegnern. Damit hab ich mich schon abgefunden, dass es sowas leider gibt. Alter. Ich muss halt schon sagen, die haben so fucking viel Leben. Hardcore halt, ne? Ach, der ist gepanzert. Alter, gib der mir halt direkt einen in die Fresse, wa? Ja, ich werd nochmal sterben. Den krieg ich, den krieg ich. Den krieg ich nicht. Alter. Noch zweimal, nach zweimal, geht's so schnell runter. Wtf. Ja, dann hab ich schnell nicht gekriegt. Kann ja mal passieren. Ja, wie viel schluck denn der? Ja, das hat mich auch gefallen. Er ist aber gepanzert. Hast du nochmal, hast du den, den, den Tod noch, den Gesamt, den Gesamt-Tod, hast du nochmal eingeschrieben? Ah, warst du ein Gesamt-Tod? Ja, ich bin einmal gesamt gestorben. So, du bist jetzt genau dreißigmal gestorben. Und viermal gesamt. Und dreimal gesamt. Viermal. Ich dachte viermal. Hab ich viermal hin. Ich dachte vier, oder? Ich bin hier zweimal gesamt gestorben. Ah, gut, ja, dann sinds viermal. Doch, ich bin ja gerade eben zweimal hintereinander gestorben. Einmal weil ich da hinten respawnt und einmal hier gerade. Gut sagen, wir gehen mal hoch verkaufen, ne? Ja. Ja, ja. Da ist noch ein badass, super badass Marauder. Ja, mach den halt. Alleine. Vorhin auch zwei alleine gemacht. Ich glaube, du hast zehnfach zu mir ein Damage raus. Ja, gut. Ausrede. Soll ich mich vor dich stellen, damit du, damit ich da... Ja, lol. Ah, hinter uns keiner. Zweimal zufügen. Hm, nachladen. Ich schießt überhaupt mit der... Äh... Mit der was? Mit der Raketenwerfer? Nein, lass mir den einen, lass mir den einen. Den krieg ich. Nachladen. Ja. So, jetzt. So, der andere. Oh. Machen wir es mal so. Wirst du dich mal wiederbeleben? Ja, gleich. Habt nicht mehr lang, ne? Geht doch ganz gut, oder? Nein. Du bist ein Mongo. Ich bin verreckt, du Bob. Trotzdem bist du ein Mongo. Weißt du, ich bin dreimal gestorben und einmal gesamt gestorben. Ja, du... Siehst du, du bist einfach kacke. Weißt du... Boah, hey. Weißt du, ich sterb hier dreißig Mal. Okay, wir sagen glaube ich schon viermal. Ich hab's echt 27.000 gerade eben gekostet. Ja? Bei mir sind es immer noch 14.000. Wie oft bin ich jetzt gestorben schon? Ja, ist er tot. War doch gar nicht so schwer, oder? Ich will es echt mal hochverkaufen. Hab doch gar keine... Hier ist Muni-Lager. Ich hätte die ganze Zeit Muni kaufen können. Hab ich doch gesagt. Boah, alter. Ja, ne? Willkommen in Dr. Zett, tragbare Klinik. Was kann ich für dich tun? Ganz circa Klassen-Mod. Hier 30% Magazingröße. Ja, alter. Ich hab mir erst mal Granaten-Mod gekauft. Willst du die oder willst du nicht? Ich hab mir erst mal den Granaten-Mod gekauft. Alter, ist der OP. Gib dir den mal. 7.000 x 8. Nochmal, welcher Mod? Und? 30% mehr Team... Team... Ähm... Ding hier. Waffen teilweise schon. Produktionenlager. Du denkst, es bringt mir... Hä? Warte mal. Ich hab... Lade-Geschwindigkeit-Magazin-Größe. Ich hätte hier 5.000... Ne, 5.800 x 5. Ne, meinst du Granate? Ja, ich hab grad ein Granatenteil gekauft, das 7.000 x 8 ist. Ja, ich hab... 3.000 x 7. Traurig. Ich hab'n Sniper für dich, wenn du willst. 2.000 und 500 Korrosionsschaden. Ah ja, gib mal her. Fallen lassen. Paumeln gegen die Wand. Hast du da was fallen lassen? Ne, noch nicht. Guck mal durch, was es noch so gibt. Nico, wir sind auch genial, ne? Dreh dich mal um. Guck mal, was hier hinten steht. Ja, und? Da stand erstmal ne Ding. Ne, ach so, war da irgendwas drinne? Ja, klar. Und was war drinne? Ausgesehen getauscht. Ähm... Oh, das ist besser. What the fuck? What the fuck? Ich hab' ne neue... äh, ne neue Pumpe. 9.000 x... Äh, 10.000 x 3. Guck mal im Geschäft. Die verkaufen auch ein 10... Äh, ein 2k... Fast 2k Sniper. Welches Geschäft? Guck mal, dreh dich mal um. Da ist ein Waffengeschäft. Ah, da, fett. Äh... Warte, ich wollte noch die... Ich hab' noch Schilde aufgehoben. So, ich hab' Vladorf Rückstoß brauchen wir nicht. Korrosionsschaden brauchen wir auch nicht. Äh, Julian? Ja? Ich hatte zwei Granatenmots, die dich möglicherweise interessieren könnten. Der eine zieht 10.000. Und der andere 3.700 x 8. Ich bin der 10.000er. Alter, erstmal nachladen. Das ist ein guter Tag. Voller Möglichkeit. Liegt hier. Oh. Also vergleichen. So viel Geld hab' ich. Ah, ich wollt' was mit Nova schaden. Ich hab' was mit Nova schaden. Ja? Wie viel? What the fuck war das denn? Was ist das? Meine Waffe. Gib sie dir mal. Zeig mal. Das ist das. Ich mach' mal. Ich kaufe erst mal. Ich freu' mal. Ich mach' mal. Ich steck' dir was. Hebe sie mal auf und feuere damit. Ich höre was passiert. Ich muss lang feuern.